Ich bin nicht der allergrößte Bier-Fan, aber dieses Bier hier schmeckt phänomenal. Im Prater wird im zweiten Bezirk frisch gezapftes Bier aus Budwar in Tschechien, Marke Budweiser, nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen Bier. Die Gläser werden hier vorgekühlt und das Bier wird unpasteurisiert und ohne zusätzliche Kohlensäure gezapft. Es schmeckt super mild, süffig und es hat die perfekte Temperatur. Mir hat es richtig gut geschmeckt und ich komme wieder.